Hi, Mehmet Tekin ist mein Name, ich bin 31 Jahre alt, beruflich bin ich Friseur, seit 18 Jahren bin ich Friseur, von meinem Vater gelernt, schon seit 6 Jahren bin ich in Deutschland, ich liebe meinen Beruf, ich liebe meinen Bart, alles gut. Ich habe vor 10 Jahren, ich war Militär, dafür, ich muss jeden Tag Bart rasieren, ganz glatt, ich habe erst drei Tage Bart gemacht, danach ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, aber seit 10 Jahren immer Bart, ohne Bart, ich weiß nicht. Ja, jetzt zur Zeit ist ein bisschen Mode, ein bisschen auch drin, weil viele machen das deswegen und beruflich, ich bin ein Vorbild, meine Kunden alle fragen, wie machst du, kannst du bei mir auch machen, wie machen wir. Für mich ist Bart ist alles wichtig, weil Bart zeigt alles, die Leute gucken mein Gesicht erstmal, nicht meine Schuhe oder nicht mein Ohr, nicht mein Hemd, erstmal Gesicht, sofort Bart, oh, gefällt mir oder passt bei dir. Ich fliege jeden Tag, jeden Morgen eine halbe Stunde, vernünftig und sauber. Die Schnurrbart, ab und zu, bei der Mitte, ich käme ganz unten und die Seite mache ich so mit dieser oder mit der Hand, so ein bisschen, so ein bisschen kratzen, ne, und mache mir so. Nachher aber nur mit Föhn und Käm, das ist der Beste. Ja, der Bart macht ein bisschen älter, aber ich bin noch jung, deswegen steht bei mir, wenn ich bin 50, vielleicht mein Bart wegmachen, weil ich wollte ein bisschen jung sehen, ne. Waschen, Öl, Föhnen und Kämmen, Stylen, Wachs, Gel und Haarspray, alles muss ich benutzen. Das kommt von meinem Charakter. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.